Hallo Leute, ich bin Raul. Heute möchte ich mich bei euch ganz herzlich bedanken, dass ihr mich zu den 100 Abonnenten gebracht habt. Lasst immer bitte einen Kommentar da, damit ich mich weiter verbessern kann. Und ein Like ist natürlich auch immer willkommen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal! Ciao, ich bin Raul. Heute möchte ich mich begrüßen, dass ich mich vergessen habe, zu erreichen. Ich bin ja 100 Abonnenten. Lasst immer einen Kommentar unter dem Video, so ich kann mich verbessern. Natürlich ein Pollicen in su ist immer willkommen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao a tutti, ich bin Raul. Heute möchte ich mich begrüßen... Oh, Mist! Ciao a tutti, ich bin Raul. Heute möchte ich mich begrüßen... Oh, Mann! Den deutschen Text... Ich glaube schon... Oh mein Gott... Ich habe wieder so Angst... Alter... Ich weiß nicht... Sieht man mich? Hallo? Ja, ja, okay, man sieht mich. Es ist auf Deutsch... Okay... Alter, ich bin Raul. Nee, stopp! Der Text ist so... Ich bin Raul. Heute möchte ich mich bei euch ganz herzlich bedanken, dass ihr mich zu den 100 Abonnenten gebracht habt. Bitte schreibt immer einen Kommentar unten. Was? Nee, 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 nee. Hallo Leute, ich bin Raul. Heute möchte ich mich bei euch ganz herzlich bedenken, dass ihr mich zu den 100 Abonnenten gebracht habt. Oh mein Gott, ich kann mir den Text nicht merken. Ich bin Raul. 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 Untertitelung des ZDF, 2020